So wie versprochen hier Tatjana macht jetzt hier eine russische Suppe, eine Saueranfelsuppe und das sind erstmal so die ersten Zutaten, die sie dazu braucht. Eine Möhre, Kartoffel, ein Hühnerbein, eine Zwiebel, Knoblauch, Sauerampfe und hier Dill und natürlich Gewürze, Öle, was man so braucht. Also das Hühnerbein wird erstmal entdeutet und dann sind wir weiter. Das Hühnerbein ist jetzt im Wasser, da kommt die Zwiebel ganz im Gar rein und dann Deckel drauf. Kein Salz, noch nicht. Okay Gewürze kommen wir später und jetzt wird erstmal hier der Dill gewaschen. Auch der Sauerampfe, den kriegt man hier auf dem Markt zu kaufen, der wird hier auch erstmal gewaschen. In Deutschland muss man ihn ja im Garten haben oder draußen Natur sich suchen. So jetzt wird das Gemüse, hier die Möhren und die Kartoffeln, die werden erstmal gewaschen. Ach und dann wird sie geschält. Nach dem Dach waschen. Aber schälen, ich mach das immer anders. Da braucht man ja ewig für. Also wie ich das mach, dann geht es schneller. Na ja. Und dann die Kartoffeln wird noch geschält. So, das Hühnerbein, das kocht schon ein bisschen mit der Zwiebel und Wasser und jetzt gibt Tatjana Salz zu. Jetzt wird auch die Flamme von Tatjana hier kleiner gestellt, dass es so vor sich hin köchelt. Tatjana hat jetzt schon hier die Möhren und Kartoffeln klein geschnippelt. Und das Hühnerbein hat sie rausgenommen. 40 Minuten wurde es gekocht. Und da hat sie ein bisschen Lorbeerblatt auch mit sie genommen. Das kommt dann auch rein. So, jetzt wird erstmal alles kommt rein. Also nur die Kartoffel erstmal. Ja. Jetzt kommt rein, was natürlich nicht russisch ist, was ihr weiß, ich mag das. Curry, Kurkuma. Das kommt rein. Und schwarzen Pfeffer machen die Russen auch. Aber nicht so viel, weil hier, aber ich liebe, dass es ein bisschen mehr drin ist. So, jetzt. Also Salz ist schon drin. Hat sie vorher schon mal herangemacht. Na ja, schauen wir mal. So, Lorbeerblätter. Die macht es rein. Drei Lorbeerblätter. Ne, vier waren sogar. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Tatjana macht immer hier... Ja, drei Minuten und Marco. Also nach drei Minuten kommen hier die Möhren rein. Aber Tatjana macht mir viel Lorbeerblätter an die Suppen. Das hat sie wieder ein bisschen aufgedreht und den Knoblauch hat sie klein gehäckselt. Jetzt wird der Saueranfall klein geschnitten. Auch der Dill klein gemacht. Ja, sie arbeitet ganz angestrengt und konzentriert. Also in zwei Minuten soll dann die Kräuter rein in die Suppe. Und dann müsste die Suppe fast fertig sein. So, jetzt kommen die Kräuter ran. Aber ich muss sagen, das trifft jetzt schon ganz gut. Keine Stunde sagt Tatjana und die Suppe ist fertig. Und dann mal sehen, wie sie schmeckt. Muss noch ein bisschen ziehen jetzt. Und dann... Ah, gekochte Eier kommen noch ran. Gekochte Eier. Sie sagte was von Eiern. Das hatte ich nicht ganz verstanden hier. Aber gekochte Eier. Ich dachte schon, sie wollte rohe Eier heranschlagen auf den Teller. Und dann ist die heiße Suppe rüberfüllt. Nee, gekochte Eier kommen ran. So. Die Eier sind gepennt. Und dann werden die Eier nur halbiert. So, die Eier sind halbiert. Die Suppe wird aufgefüllt. Tatjana hat ein bisschen aufgeregt. Sie kleckert. Auf den Teller. So, und dann kommen die Eier dazu. Und dann ist es fertig. Dann guten Appetit. So, ich lasse es mir jetzt schmecken. So, ich seh es jetzt hier auf dem Balkon und hab schon mal probiert. Also, die Suppe schmeckt gut. Also, das ist richtig tüffig. Gefällt mir. Tja, Leute. Falls es euch gefallen hat. Dann Daumen hoch. Abo da lassen. Und ein auf die Glocke hauen. Kann ich so sagen? Doch. Ja, nur auf Russisch. Ja, nur auf Russisch. Ja, nur auf Russisch. Ja, nur auf Russisch. Und guten Appetit. Tja, und vom Hühnerfleisch, ne. Da kann man ja noch so ein bisschen Hühnersalat machen. So Fleischsalat machen. Das ist nachher auch nicht schlecht. Wie sagt es mich? Ich habe auch nicht technisch gemacht. Hühnerfleisch, 3 Stunden róithaus cui- langsame- ihm. Ent nogle Teller und wir movements mit resistorn kings und allen stehlen. Sogarどう Wij encrypted und differenzul Осene den Mannen? Auch hier� Santo?